Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem Hauptaccount und wir gehen wieder in die Sternenspielhalle. Normaler Modus, Grenzfestung Kapitel 2 und versuchen uns jetzt hier an Kampf Nummer 10, welches der letzte ist in dieser Reihe. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, erstmal meinen Eissturm, den ich gerne mag, dann würde ich sagen für die Festung zum Schützen und erstmal eine taktische Bombe. So, 1, 2, 3, 4, ups, nein, 1, 2, 3, 4, das war verkehrt. Hm, das war sowas von verkehrt. Ich wollte doch da hinten keine Dings haben. Na, wie heißt noch gleich? Klein Ranger. Das war gar nicht gewollt, nein, nein. So ein Schiet. Ah, so kann das gehen. Oh, guckt euch das an, da ist ja nur so viel drauf. Meine Güte. So, der nächste bitte. Okay. 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 Auch schon wieder so viel. Nice. Ja, so mag ich das. Dass es so richtig schön schnell geht. Okay. So, dann wollen wir den Eissturm nochmal aufwerten. Ach, da ist meine Wisser. Kamerdo, kannst du auch gleich mitarbeiten? Schön. Schön. ja geht ihr alles schön kaputt ja ja das macht ihr gut so ganz brabe gegner so mag ich das auch wenn das doch in anderen kampfgeschichten auch nur so schön klappen würde dass die alle so freiwillig in ihr verderben laufen ach die meiner schau der hat jetzt zur hälfte schon verloren das ist doch nicht verkehrt so muss das sein so und da haben wir die schlangen die wollen wir auch dabei haben auf jeden fall ja sehr schön schön kaputt gehen herrlich so dann wollen wir doch mal denken wir müssen mich ein bisschen weiter da oben hinsetzen für das was dann so durchkommt auch schön 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 geht alles schön kaputt hier ja ja sehr schön setzen wir die dahin die haben so richtig schön viel kraft meine magier es macht schon echt viel aus die möglichkeit gehabt zu haben die im vorfeld die ganze technik aufzuwerten da ich ja extrem oft abgeschmiert bin und somit dann hammer gesammelt hatte bevor das mit dem update kam konnte ich ja bevor ich hier mein glück versucht habe die komplette technik die noch dazu gekommen ist schon wieder aufwerten und man sieht das hat echt reichlich was gebracht erst einmal meine ich sind die helden noch günstiger geworden und dann haben die natürlich richtig viel mehr kraft ja das ist absolut mein ding ja 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 richtig toll richtig toll so und da sind wir dann schon bei 10 sehr schön sehr schön sehr schön oft genug der wirbelsturm durchgegangen und somit hat hier der boss schon reichlich an stärke verloren ja könnte ich dazu setzen will ich aber nicht das geht so auch relativ gut sehr schön sehr schön tschüss somit kann ich die nämlich jetzt schon wieder einsetzen die geschichten Ja, kommt zu mir, meine lieben Kleinen. Ich mache euch platt. Ja, ich mache euch platt. Nicht drängeln. Jeder kommt dran. Und dann noch ein bisschen hiervon. Sehr schön. Ja, schön abbiegen. Genau, da geht es lang. Ja, da lang. Ja, du kriegst dann halt von da ein auf die Mütze. Hat dir nichts genützt, dass du abgebogen bist. Nein, nein. Dann wieder mein Wirbelsturm und dann hiervon der Bämmchen. Und so. Auf ein neues. Ich mache Schaschlik aus euch. Ja. Speer. Speer ist gut. Nehmen wir den mit. Ja, schön brav kaputt gehen. Sehr schön. Das macht ihr ganz prima, als ob ihr das geübt hättet. Ja, alles kaputt. Alles kaputt. So, Runde 14. Immer schön draufhalten. Ja, ja. Immer schön draufhalten. Sehr schön. Dann machen wir die Rosanen noch kaputt. So, und jetzt sind wir angekommen in Runde 15. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier jetzt für uns hoffentlich gut ausgeht. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier jetzt für uns hoffentlich geht. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier jetzt für uns hoffentlich geht. So, nachlegen. 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 Hm. Ja. Also, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, der ist auch angekommen. Sieht man nämlich nicht, wenn man nicht da direkt drauf gucken kann. So, noch mal ein paar Schlangen. Die Eisbär. Bömschen. Da noch mal Schutz draufhauen. Na, 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 na. Ach, wir sind schon durch. Oh, nice. Guckt euch das an. Ah. Ja, ach so, da. Ist ja ein Ding. Damit habe ich den Grenzkapitel Festung 10. Oh, komplett durch 2. Kampf 10. So. Alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Was. make.